Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zur Ankündigung zur SSO-Con 2023. Und für alle erstmal, was ist denn die SSO-Con? Die SSO-Con ist ein Event von Creatoren aus dem Hause Star Stable, teilweise von Game Mastern aus dem Hause Star Stable. Das heißt, ihr kriegt da teilweise nämlich sehr coole interne Informationen. Solltet ihr unbedingt mit einschalten und hier zeige ich euch jetzt erstmal, was wird eigentlich alles so passieren. Diese ganzen Creator sind am Start dieses Mal. Wir haben also wirklich eine ganze, ganze, ganze Menge. Ich glaube, wie viel waren wir? 23. Wir sind auf jeden Fall eine ganze Menge Creator dieses Mal am Start. Das Ganze wird dieses Mal nur auf vier Servern sein. Also wir haben dieses Jahr von der Schedule, vom Ablauf her, sind wir also an Tag 1 in England und Nordamerika und Tag 2 Australia und New Zealand and Sweden, also Neuseeland und Schweden. Ihr könnt nur auf diesen Servern sein, wenn ihr eine VPN nutzt, also wenn ihr quasi eine Ländercode Änderung nutzt. Also wenn ihr davon keine Ahnung habt, ist ein bisschen kritisch zu erklären, aber auf jeden Fall könnt ihr von einem deutschen Server nicht auf einen englischen, schrägstrich australischen, schwedischen Server wechseln ohne eine VPN und dann habt ihr auch einen neuen Account. Also fragt da am besten nicht nach, ob ihr mitreiten könnt. Ihr könnt gerne zugucken und die ganzen Fragen werde ich für euch natürlich übersetzen, denn dieser Stream wird auf Englisch sein. Wann wird das Ganze für uns von der Zeit her ablaufen? Das Ganze wird für uns um 9 Uhr am Samstagabend sein und am Sonntag um 9 Uhr in der Früh. So wird das Ganze laufen. Wir sind zuerst eben in UK. Das Ganze wird so ablaufen wie im letzten Jahr. Also wir haben quasi ein Meetup für die Leute, die halt eben die Leute treffen möchten. Dann haben wir einen Q&A-Part, der übers Discord laufen wird. Und wir haben dann einmal so Spiele, wo die Leute so ein bisschen verstecken spielen, aber halt im Moorland, da die meisten von den Leuten eben natürlich alles nicht Starrider sind, wenn sie auf einen anderen Realm Pool gehen. Das Ganze wird drei Stunden gehen und ich finde halt gerade so dieser Q&A-Part ist der interessanteste Part, finde ich immer mit, da man dort die Möglichkeit hat, eben auch von Leuten vielleicht ein paar interne Informationen zu bekommen. Und wir können gespannt sein, denn wir haben ja auch, wie ihr hier seht, ein paar der Game Master am Start, nämlich ganze 5 an der Zahl. Coco, Ingrid, Wilma, Pauline, Aurora und ich habe, glaube ich, doch stimmt, Ilva. Wir haben sogar 6 an der Zahl, Ilva, nur einen kürzeren Namen. Deswegen haben wir ganze 6 an der Zahl. Die SSO-Con hat natürlich auch dazu schon ein paar passende Videos aufgenommen. Ist, wie gesagt, auch nochmal ein nicht offizielles Starstable-Event, aber ein Event von Starstable unterstützt, bei dem es dann auch nochmal sehr wahrscheinlich wieder ein paar Gewinnspiele für euch zu bekommen gibt. Also es gibt wieder ein paar Star-Coins zu gewinnen, sehr wahrscheinlich und auch natürlich die Möglichkeit, mal ein paar der Leute zu treffen, die ihr vielleicht sonst nicht treffen könnt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Merch dieses Jahr schon im Ganzen fertig kreiert ist, denn es ist schon ziemlich knapp. Ich weiß nicht genau, letztes Jahr gab es richtig coolen Merch. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr auch wieder welchen gibt. Fand ich letztes Jahr eigentlich immer mega nice, noch mit den alten Charakteren, jetzt dann mal mit den neuen Charakteren. Ich habe mega Bock, dass da wieder was in der Art kommt, denn die SSO hat ja leider keinen eigenen Merch. Ihr könnt mir natürlich auch nochmal Fragen dazu stellen. Es gibt auch wieder Wettbewerbe, wenn ihr Bock habt mitzumachen, habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, einmal Idris zu zeichnen und danach dann auch nochmal ein bestes Outfit zu haben für die SSO-Con, nämlich so ein Karneval-Outfit und eine Geschichte zu schreiben. Und dafür müsst ihr dann eben das Ganze hier unter diesen Hashtags, die hier auch nochmal auf der Instagram-Seite sind, hochladen und habt dann da die Möglichkeit, das Ganze bis zum 22. August einzuschicken. Denn da gibt es auch nochmal ein paar coole Preise für euch zu gewinnen. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze dieses Jahr ablaufen wird, denn es gibt noch ein paar kleine Twists für dieses Jahr. Könnt ihr gespannt drauf sein. Auf jeden Fall ist das hier auch das neue Logo, was ihr eben gerade gesehen habt, denn das Ganze ist so ein bisschen angelehnt an den Karneval, also so ein bisschen auf den Zirkus angelehnt. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr so ablaufen wird. Auf jeden Fall wird es natürlich wieder so ein bisschen ein Meet & Greet am Anfang geben. Für uns wahrscheinlich jetzt nicht so relevant, da viele englische Creator wahrscheinlich im deutschen Raum sehr unbekannt sind. Aber ich bin sehr gespannt auf die Sachen, die wir noch zusätzlich erfahren werden, dann aus den Bereichen von Starzlil, wo wir vielleicht die Möglichkeit haben, sonst nicht so reinzuschauen. Ich bin gespannt, eure Fragen und Anregungen gerne in die Kommentare und das gebe ich dann auch gerne noch ans SSO-Team mit weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen und bin auch gespannt, wie das Ganze dann dieses Mal ablaufen wird. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und schaut nachher, wenn ihr Bock habt, rein, denn heute geht es direkt nochmal ein bisschen länger in Palea. Bis dann, ciao, ciao.